Hallo, hallo, hallo. Ich bin heute wieder in meinem Trainingskeller. Es ist noch früh am Morgen. Wir haben jetzt irgendwie kurz vor 8. Aber ich bin schon im Trainingskeller. Bescheuert, oder? Naja, was tut man nicht alles? Ja, neuer Sportvlog. Und nach dem Intro geht es schon los. Dann könnt ihr ein paar Übungen sehen, die ihr auch ganz leicht nachmachen könnt. Und einfach angucken, nachmachen oder mitmachen. Also, nach dem Intro geht es schon los. Piu, piu. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.